Servus Leute und willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme Happy Wheels. Ja, es ist mal wieder, glaube ich, Zeit für ein bisschen sinnlose Brutalität. Äh, oh, ich habe jetzt versehentlich auf den falschen Ding geklickt, ich war jetzt voll verwirrt. So, schauen wir mal, this week, ich gehe jetzt einfach mal auf Newest und dann spielen wir doch einfach mal OMG, what the fuck, hört sich doch toll an. War wieder mein Lieblings-Segway-Guy. Was kippt der Hobo-Guy in front of you as a shield? Okay. Hat schon mal toll funktioniert. Äh, Mine. Okay, hat super funktioniert. Aber ich habe noch ein Bein von ihm, das ist doch schon mal toll. Oh. Ich glaube, ich bin tot. Hä, wie soll denn das gehen? Nein. Achso, ich hätte eher die checkten müssen, das habe ich jetzt erst gelesen. Oh. Ah, da muss ich Anlauf nehmen, das geht so nicht. Oh, verdammt. Ups, das war nicht geplant. Hallo, Hobo-Guy. Oh, er ist explodiert. Super. Ach, muss ich jetzt ejecten oder nicht? Ich mache es das mal nicht. Schauen wir, was rauskommt dabei. Ähm, okay. Victory. Na, das war ja jetzt irgendwie sinnfrei. Ich habe übrigens immer noch keinen Account hier. Das heißt, ich kann auch nicht bewerten. Oh, Zombie-GLP. Wie viele Zombie- oder GLP-Level es in letzter Zeit auch gibt. Das ist echt der Wahnsinn. Seit die beiden das Let's Playen von Happy Wheels angefangen haben, ist echt der Wahnsinn. Oh, ein Swordsfrow-Level. Bäh. Super. Toll gemacht, Code Red. Hast du super hingekriegt. Und das natürlich jetzt auch. Kriege ich da noch ein oberes Schwert vielleicht? Na, geht das? Nein. Nein. Das Obti-Oberen-Schwerter will ich. Ach, verdammt. Leg mich doch. Nein, nein. Nicht wieder rausfallen. Nicht wieder rausfallen. Ich will Chuck Norris haben. Oh. Das ist ein bisschen blöd gemacht, dass der jetzt hier rausfallen kann. Das sollte nicht der Fall sein. Oh. Es ist mehr als blöd gemacht hier. Dass man da rausfallen kann. Und vor allem, dass ich hier überhaupt nichts treffe, weil der hier so rumwackelt. Ähm. Wirst du mich verarschen? Oh, ich hab Chuck Norris getroffen. Ihr wisst jetzt schon, dass ich jetzt wahrscheinlich gleich tot sein werde, weil Chuck Norris vor der Tür steht, oder? Das ist euch schon bewusst. Naja, ich würd sagen, das war's dann mit meiner Karriere als Let's Player, weil ich gleich von Chuck Norris getötet werde. Rooftop Randomness. What the fuck? Nimm mich doch mal wieder meinen Segway-Guy. Ähm. Oh. Da fliegt... Mein Kopf ist noch dran. Mein Kopf ist noch dran. Ob das mich so viel bringt, ist natürlich die andere Frage. Hab ich jetzt irgendwie was verpasst, oder? Uah, weg. Aua. Au. Au, ich hab mein Bein verloren. Das ist aber nicht sympathisch. Au. Harpune. Verdammt. Au. 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 Autsch. Ich lebe noch. Ich lebe noch. Ja, Segway, du schaffst es. So. Das hätten wir. Ich nehm mal einfach so... Ach, nee. Ich spiel keine Level von Zombie und GLP. Das sollen die beiden spielen. Das ist ja... Das ist ja... Das wäre ja Blasphemie. Comeback und stopp. Nö. Au. Ich hab mich angehauen. Und ich hab ein Schwert in der Brust. Und ich bin tot. Ah, toll. Ich möchte aber nicht tot sein. Und ich bin schon wieder tot. Herr, wir hatten doch ein Schwert. Ach, die. Ah. So wollte ich das eigentlich. Ach, ich muss down hier. Okay. Akzeptiert. Uah. Ich bin tot. Fuh. So. Und schon wieder in die reingefahren und tot. Ich fahr auch immer in die gleichen Stellen rein. Schlimm. So, wie mach ich das jetzt? Ups. Ich glaub, die ist tot. Aber ich glaube nur fast. Nein. Ich bin halt wirklich. Äh, wirklich ein Halt. Muss man schon mal sagen. So. Mal hier voll ins Kreuz springen hier. Au. Das tut bestimmt auch weh, wenn man so... Au. Das tut auch weh, ja. Nein. Aber ich lebe noch. Ich hab's geschafft. Mit dem Schwert in der Brust. Machete. The Dying Pit. Das ist irgendwie... Oh, oh. Ich höre schon irgendwelche Todesmaschinen. Das sieht jetzt irgendwie wie ein Fehler an hier. Sollte ich vielleicht rückwärts fahren, wenn ich rückwärts fahren will. Das war jetzt irgendwie totale Logik. Autsch. Au. Also... Das Ding will sich mit mir paaren, da, oder was? Ich hab keine Beine mehr. Au. Au. Ich glaub, ich bin tot, oder? Nein, ich lebe noch. Also, noch. Aua. Jetzt bin ich tot. Oder? Ja, ich bin tot. Schade. So. Au. Und gleich mal Beine. Beine ab Säbel. Yay. Da freut man sich doch. Jetzt reißen wir bestimmt gleich die Arme ab, oder so. Das würde jetzt nur noch fehlen. Ups. Ach, die kommen wieder runter. Na, super. Und hier muss ich auch aufpassen, dass ich mir nichts abreiße. Au. Hallos, Weihnachtsmann. Hab's überlebt. Der Schlusssaun war jetzt äußerst appetitlich. So, was haben wir denn hier noch so? Epic don't move. Nee, jetzt gerade nicht. Throw the ball. Machen wir doch mal. Na. Das geht ja gar nicht. Oder halte ich mich hier an dem Teil da unten fest. Das kann gut sein. Ja. Oh, what? Oh, what? Einfach hier. Das ist ja wirklich einfach hier. Na, das ist ja wirklich einfach. Achso. Wenn man in alle reinfliegt, hat man gar nicht alles... Ach ja. Na gut, lass ich das mal. Gibt's ja eh keinen School. Na toll. Get past the seesaw of death. What the fuck? Ich glaube, da nutzt ihr auch kein Pflaster mehr, Kleiner. Ups, Entschuldigung. Timmy's Lehrerin. Entschuldigung, ähm... Toter Timmy. Oh. What the? Das kommt... Au. Ja. Oh, Entschuldigung, Timmy. Das ist natürlich scheiße, wenn man da über Bälle fahren muss. Hallo. Willst du bitte über dieses kacken Klo drüber hier? Oh. Tschüss, Timmy. What the? Ja. I get. Alter, wie ich ja auch einfach mal alle Menschen über den Haufen fahre. Na, fahr jetzt über die fette Lady. Und hier werden gerade die Timmy's geschnetzelt. Na, super. What? Do not budget cuts. We cannot afford another playground equipment. Okay. Oh. Den hat's gerade... ...aufgespießt. Äh, ja. Nutcracker... Äh... Nehme ich mal den Irresponsible Dad, was da rauskommt. Aua. Tisch, geh weg. Oh. Entschuldigung, Timmy. Ich glaube, ich habe gerade meinen Sohn getötet. Kann das sein? Ja, äh, nee. Tod ist er noch nicht. Aber... Jetzt ist er tot. Entschuldigung, Timmy. War nicht so getmeint. Papa hat dich trotzdem noch lieb. Auch wenn sie mir jetzt nicht mehr viel bringt. Oh. Wäää. Aua. Das wollte ich, genau. Und dann rückwärts. Wäää. Wassermelonen. Nein. Hahaha. Das Bild ist cool. Da ist kein Nutcracker. Kind, du weißt, wie du die wehren musst. Super. Und noch ein Swordsroll Level, würde ich sagen. Hallo, Elf. Oh Gott, die Axt voll in Timmy's Penis rein. Na super. Hey, was ist denn jetzt los? Ich kann auf einmal Swordsroll spielen, oder wie? Okay, fast. Ein Ball. Balli. Ach, den Ball hätte ich da unten rein throwen müssen. Okay, machen wir nochmal. Was hat denn jetzt Timmy getötet? Au. Au. Ach, geil getroffen. Oh, Entschuldigung, Timmy und Timmy's Vater. Jetzt haben die noch... Jetzt haben die drei Schwerter im Rücken. Oh, Timmy und sein Vater sind sie gemeinsam aufgespießt. Schön. Familienidylle. Ein bisschen makaber, oder? Gut, was ist bei Happy Wheels nicht makaber? Das ist auch nur so eine Sache. Du sollst nicht den... Du sollst den Ball nehmen. Und was macht ihr jetzt? Werde ich hier jetzt sterben? Au. Okay, aber meine Beine verlieren. Das ist auch schon mal nicht so unbedingt optimal. Und noch ein Level für Zombey. Arrow Harpoon Run. Oh Gott. Ich nehm jetzt mal den Weihnachtsmann. Einfach mal Schastverfahren. Au. Au. Ob der die bis... Ich glaub, mein Elf ist tot. Der hat ne... ...Harpune quer durchs Gesicht bekommen. Das bekommt den meisten Leuten immer nicht so gut. Soll ich denn da raufkommen? Geht das nur mit Segway Guy? Können wir mal probieren. Vielleicht geht's mit dem. Nein! Wenn er nicht vorher stirbt. Und ne Harpoon in der Brust hätte. Autsch. Das geht doch gar nicht, oder? Oder vielleicht mit dem Pogo Stickman. Na? Aua! Oh, er ist tot. Ja, okay. Lass mal das mal schnell. Was denn in the kitchen, bitte? Ach, hallo Metro Tweet. Ich hab grad nen Tweet bekommen. Oh, was ist hier los jetzt? Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Hätte ich mich jetzt da aufhängen müssen, oder wie? Hä? Muss man das verstehen? Das geht doch gar nicht. Ach, egal. Ich bin da schnell fertig mit Leveln, die meiner Meinung nach nicht gehen, ehrlich gesagt. Till death, two parts. What? Oh Gott. Au! Ich glaub, ich hab keine Arme mehr. Kann das sein? Aber ich lebe noch. Jetzt nicht mehr. Okay. Ich aktualisier mal kurz. Geht leider, glaub ich, nur so. Aktualisieren. No. Ach, jetzt ja. Äh, Balcony Killing. Ah, ja, okay. Ah, ich glaube, Timmy's Vater ist nicht der einzige, der da grad gestorben ist. Aber ist relativ kurz. Muss ich mal sagen. Happy Little Killers. Oh Gott. Kill everything you... Oh. Ich hab' ihn gar nicht getötet. Der hält sich an mir fest. Jetzt nicht mehr. Jetzt ist er tot. Auf den Kopf rumhüpfen ist immer eine tolle Idee. Na. Gehst du wohl? Gehst du wohl über das Klo drüber? Ich nehm' Anlauf. So, spring' ich wahrscheinlich direkt in die Axt von dem Typen rein hier. Au. Uah. Was ist los? What da? Ich muss also einfach jeden krillen, oder wie? Au. 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 Ich glaub, mit dem hat sich's grad erledigt. Ja, ich glaub, der spießt sich grad'n bisschen auf. Soll schon... Au. Okay, das war, glaub ich, nichts. Au. Ich hab'n Speer im Arsch. Das tut ihm nicht gut. Au. Und noch einen. Ich glaub, der Segway Guy steht da drauf. Kann das sein? Na, wirst du jetzt wohl... Na? Na, geht doch. Ist das Level überhaupt machbar, oder soll man da hinten runterfallen dann? Ups. Entschuldigung. Ich wollte deinen Kopf... Da soll man runterfallen, oder was? Na, dann. Okay. Exit to menu. Save your son. Oh Gott. Ja, dann nehm ich doch mal den, äh... Irresponsible dead, wenn ich mein Wun schon safen soll. Na? Ach, nehm' erstmal server weapon. Okay, sind die Server wieder overloaded grad? Ah, jetzt. Das hättest du ja schon wenigstens so machen können, dass man aus dem Teil draußen ist. Stirb! Ups. Na? Ich will den eigentlich... Na ja, egal. So, nochmal... Oh. Das hätt jetzt fast ins Auge gehen können. Oder in den fetten schwarzen Typen dahin. Oh, fast noch den Zombie-Killer erwischt. Jetzt seid ihr alle tot. So, dann nochmal kurz save your son probieren. Na? Level? Ah, jetzt. Oh. Na super. Ich bring ihn jetzt wahrscheinlich um. Das kann gut passieren. Na? Ich kann mir nicht mal an die Axt hin. Wartet mal. Ich hab die nämlich grad nach hinten verschoben. Das war nicht so klug. Ich kann die ja gar nicht hochheben. Oh, tschuldigung, Timmy. Das will ich jetzt aber schaffen. Yeah, cool. Komm her, Timmy. Lass dich drücken. Vielleicht brich ich mir jetzt gleich irgendwas. Ich komm hier sogar raus, oder? Das will ich jetzt wissen. Komm ich hier raus? Hallo. Timmys Vater. Stell dich mal nicht so an. Schade, dass man da nicht einfach laufen kann. Aber ich komm hier raus. Cool. Sehr cool. Okay, ich hör ja schon auf. So, ein Level geht noch, glaub ich. Äh, was nehmen wir denn? Nehmen wir mal Survive the Crash. What? Wieso reist mir ja gleich Instant Ball in den Kopf ab? Super. Oh, ich lebe noch. Ah, okay. Ich lebte noch. So, I love my child. What? Warum sind wir alles voller Kinder? What the... What the fuck? Ähm, dein Kind hat sich aber grad die Beine gebrochen. Das ist dir schon klar. What the fuck, alter. Bö... Ähm, 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 ähm. Happy Wheels Blood. Was ist denn das? Mal schauen. What? Oh, oh. Ich werde sterben. Aber ich muss ja weiterfahren, oder wie? Ich schwebe. Ich bin eine Elfe. Ich höre schon, wie irgendwas Messerartiges, oder? Ja. Au. Au. Es ruckelt hier übel. Ich komme hier nicht weiter, weil der Baumsturm im Weg ist. Hallo. Au. Ich stecke hier in einem... Au. 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 Ja, super. Genau. Stürz dich einfach frontal in die Stachel rein. Du bist cool, Segway Guy. Okay, klappt das jetzt nichts mehr. Also, ich sterbe hier eigentlich nur. Bin ich denn nicht mal tot mit so viel Stacheln im Arsch? Hallo? Ach, egal. So, ich würde sagen, das war's für heute. Man sieht sich dann, ja, beim nächsten Random-Projekt. Happy Wheels. Bis dahin. Servus. Bis dahin.